weg da also ich finde es ein wunderschönes spiel wenn es mal nicht so super grafik ist dann läuft es auch mal flüssiger bei mir bäms gut wollen sie mich auch bekämpfen oder kann ich nur weg gut wir kämpfen mal schön da kommt es auch noch ihr kriegt mich nicht Halleluja bäms 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 ups doch ich denke dass ich ja noch mit dem Schulterbottom aus alter ich chill dein Leben ist ja ein bisschen stärker hier aber gut für dich tschüss haha ach der ist noch da ok ist immer lang so übrigens hat es keine automatische speicherfunktion die kann auch noch nicht speichern oder äh speichern ne kann man nicht na gut wir spielen weiter Halleluja nix fehlen bisschen energie hätte ich dann mal wieder gern aber auch zu seiner Zeit ey ey passt doch auf hier was du machst e le ich geh mal in Deckung wir sind da in doch nicht So, dann, hauen wir mal weg. Alter! Wo wir konnten, ging das nicht. So, ich glaube, wir müssen uns mal versammeln hier. Komm doch bitte mal hier. Und jetzt, BÄH! Gehen wir noch am besten. So, noch mehr. Bleibt mir nichts, aber gut. Jungs, echt jetzt. Chillt euer Leben. Ich dreife mal ab. Häh? Aber ich sollte mal erwachen. Wir sind so. Da kann ich auch so. So. Und BÄH! So. Bald haben wir sie. Gut. Die ganze Öli. Okay, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht hätte ich vorhin schon weiter gehen können. Ich weiß nicht. Gut. 60 FPS. Ich liebe es. Ich liebe es. Hallo. Fremde. Da gehts noch. Ja, wir können uns heilen, aber ich warte noch. So. Das war's. Was? Okay. Gibt hier noch ein bisschen Loot oder was? Sieht nichts so aus. Kupfer eher zu halten. Ich weiß noch nicht. Für was? An wen ich denke. Wir werden es jetzt umziehen. Ach. Ich habe Angst vor euch hätte. BÄM. Hier. Für euch. Na. BÄM. Da haut sie sie weg. Und für euch macht das kleine zum Abschied. Was wollt ihr denn? Man nervt nicht. So. Aus die Maus. Mickey Maus. Gut. Äh. Ich glaube ich sollte mich mal heilen. Äh. Mit der kleinen Erholung. Einmal. So. Metipex for the win. Für euch. BÄM. Haha. Na. BÄM. Ach. Ihr seid geschützt. Jetzt nicht mehr. Autsch. Ich habe zwar. Na gut. Immer schön drauf los. Ich glaube der Pop kann uns helfen. Ja. Ja. Finish a move. Hab ich das auch zum ersten Mal gesehen. Läuft bei uns. Gut. Noch mehr. Scheinbar. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. So. Werde ich auch mal weg. Mit dem Pot. Ich bin doch schon schön schnell. Ich vergesse immer den Finisher Move. Also. Ich seh den nach. Zu spät. Ich bin zu gut für das Spiel. Ach man. Nicht schlecht. Ah das ist ein Loot Pot. Okay. Okay. Und jetzt. Was ist das? Gut. Achja. Eigentlich würde ich die Karte eh anders einstellen. Ah. Mach ich dann beim nächsten Mal. Ne. Ich mach es ja kurz jetzt. Äh. 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 Ach so. Was ist das? Ne. Ne. Nicht das. Ähm. Einstellung. Äh. Bildschirm. 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 Grafik. Äh. Okay. Dachte ich hätte das hier. Sorry. Geht gleich weiter. Das. Ja. Das meine ich. Geht. Okay. Ich mag jetzt nicht, wenn die Mini-Karte sich so dreht. Äh. Hier warten wir schon. Okay. Geh mal Gas. Hier wollte ich eigentlich durch. Wow. Jetzt kann ich schon unterwegs sein. Ja. Das ist ein Roboter. Der kann das. Die kann das. Okay. Nein. Weiter geht's. Ich finde das Spiel echt gut. Ich bin jetzt schon. Ich habe mich jetzt schon in das Spiel verliebt. Hör da. Das hat abgeht. Oh. Hier gibt es ganz schön viel Loot. Äh. Unsichtbare Mauer. Nein. Abgrund. So. Hier geht es noch mehr. So. Da oben auch. Große Erholung bekommen. Wieso. Kommt etwa ein Boss. Hm. Okay. Okay. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? Hm. Hm. Oh. Ich kenne dich doch. Na gut. Come on bitch. Ach. Wirklich? Ich sage es an der Juda. Hau mal weg da. Ha. Ha. Ausheifung vor der Wind. Immer schön drauf los. Bäm. Ach. Ich habe noch ein zweiter. Hallo. Drei. Ähm. Ich mache keinen Scheiss hier. my- Alles Weihren. Nimm mehr Energie. Nein. Aargh. Ich halte nicht mehr Energie. Gut, ein bisschen Energie, ich habe nichts quest'n. Bämm. Du gehst kaputt, baby! Immer schön schießen. Ja, weißt was? Du gehst auseinander. Okay, besiegt? BAMS! 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 Ich weiß nicht mal was. Besiegt? Nein, sieht nicht so aus. Doch? Entschuldigung. Ihr wisst wer, der Chef ist. Was passiert jetzt? Mir gefällt das irgendwie nicht. Hört ihr auf damit, euch zu verwandeln? Toll! Wer hat den Transformers gerufen? Toll. Na gut! Ready, bitch! Come on! Eindruckend ist es ja. Er hat zu wenig verschiedene Gegner. Good. Let's take this out. Yes! Wenn ich Hackfress hier wollte ich schon immer mal mal totieren. Hab ich ein Ziel? Ja! Autsch! Ah, hab mir gar nichts gemacht. Nichts! Komm mal hier! Nur den lassen ich mal mal totieren. Ja, ist er gut! Schild erleben! Junge! Okay! So lange wie wenn ich ihn wegnehme. Alter! Chill! 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 No way! Gut! Jetzt weiter! Hallo Hackfresse! BAMS! So! Frisur poliert! Was? Was wissen du? Ähm. 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 Okay. Wir betreiben hart. Ah, wer kommt denn da angeflogen? Ich bin zu mir! 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 Hallo! 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 Was ist dein Statist? Das ist der Target. Ich werde ihn zu verhindern. Ähm. Ratsch! Ich werde dir Unterstützung geben! Ah, ich bin zu mir! Ah, ich bin zu mir! Ich bin zu mir! Wo ist denn der Noodenroboter? ALTER! So, Frise polieren! HÖH! Scheiße! Ich bin zu mir! Ich bin zu mir! Energie! Ehh! War es down? Noch lange nicht! Ähh! Wo ist er hin? Ach Gott! Ach Gott! Ach Gott! Oh oh! Nicht gut! Nicht gut! Frisur da! BÄM! So, lassen wir euch dir hier mal... Ja! 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 Ausgewichen, aber gut! Kann jemand was behaupten hier? Ähh! Mittlere, kleine, große... Ah ja, oder? Immerhin! Was er beim folgenden Durchspielen hat mit mir! Mann! Was soll der Scheiss! Danke Robo! Tack noch mal! Tja, nanananein! Ist mit mir! So... Weiss auch geht aber... Ja, mach das. Oh, praktisch. Good boy. Guck nicht so blöd. Ach, man hätte gesagt, er ist wieder da. Dankeschön. Ähm, ja gut. Und jetzt? Äh, okay. Gut. So, da hoch. Nein, nein, ich kratze, ich höre so, ich juck dich. Ich juck dich am Rücken. Nervt dich jetzt ein wenig. So. Komm mal herauf. Das geht ganz schnell. Mann, nervt nicht. Aber andere Probleme ja, so. Und dann noch mehr. Hat das anders ausgerüstet? So wollte ich das. Okay. Hallo, Hackfresse. Sag jetzt, ich kann auch nur deine eigene Mutter lieben. Selbst die muss ich mir geben. BÄM. Na, da fliegst du ein wenig, ne? Ich lebe ein Spiel, wo man die Leiter-Sequenz schneller machen kann. Okay. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Mischt euch jetzt nicht ein. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Mit Falter ist drauf. Nervt还是 Weiss. Ist er ernst? Ähm... Poddy? Hilf mal. Danke schön. Und ich kriege noch klein. Nervt halt! Ja, wir machen ja! Roboter will leben, toll! Wie geht denn das? Für mich? Es geht einfach. Du, du, du! Wir... Wir sind so... Wir sind so... Wir nehmen in... Wir haben... H0229 Flight Unit, Command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting Acknowledgement. Please. Ich kann es umstärken, ich bin ein bisschen Roboter. Alright. Gut, hau mir den mal eins auf die Nuss. Also nicht den 9S, sondern den gigantischen Motherfucker. Okay, einsteigen und los geht's. Ich bin wieder da. Ist auch nicht jünger, oder? So. Nicht geht drauf, dann Schnaps geht's auf, dann. Alter, rülpst mir nicht die Fuß. Guck hier vorne. Guck mal. 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 Hüffi. Autsch. Das ist cool. Wieso schlägt du dich selbst? Wenn ich Konten kann, kann man Konten. Und du bist jetzt ruhig. Wunderbar. Hey schlechter Verlierer. Du bist schon bereit! Genau. Und tschüss, Gebaden. Ja. Ja. Bedeutung? Nein. Es sieht nicht aus, dass das... ...möglich sein wird. Oh, großartig. Ich habe nicht gedacht, dass... ...dass es gut enden wird. Die schwarze Box. Es ist bereit. Genau. Äh, die kommen. Hallo. Die Verkaufung des Schwestern. ...die Reaktion des Schwestern. ...die Reaktion des Schwestern. Reaktion. Du B. Es war ein Ehre zu kämpfen. Echt. Die Ehre war mir. Ja, 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 ja. Was ich dort besser? Ja. Okay. Was er selber bedeuten soll. ... 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 kann speichern oder? Kann ich speichern? Tatsächlich. Gut, ich möchte das auch noch rendern und schneiden und hochladen. Vielleicht schaffe ich das noch heute Sonntag und sonst, ihr seht das, wenn ihr es seht. Also ich freue mich riesig auf dieses epische Projekt und ja bedanke mich für den Spot bei Videmy und auf YouTube kann es geschaut werden, ist mir egal. Sorry, aber ihr kennt. Ich habe das Info-Video gemacht. Also, dann wünsche ich ja bis zum nächsten Part, bis zur nächsten Aufnahme, bis denne und tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020